Preis den Herrn! Seid ihr bereit für Gottes Wort? Gut, wir machen dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben kurz über die Waffenrüstung Gottes gesprochen. Diese wollen wir uns jetzt ansehen. Was bedeutet dieser Ausdruck? Ich glaube, dass auch im geistlichen Reich Angriffe stattfinden. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir haben es mit geistlichen Angriffen zu tun. Aber geistliche Angriffe zeigen sich oft im Natürlichen, wie in einem Disput zwischen Ehemann und Ehefrau. Sie geraten plötzlich in Streit, ohne zu wissen, warum. Sie wollen es nicht, aber plötzlich haben sie Streit. Kennst du das, Matthew? Ihr wolltet nicht streiten, aber plötzlich zankt ihr euch und du fragst dich, wie hat das angefangen? Ich liebe sie doch. Heute Morgen bin ich aufgestanden und war so dankbar, dass ich mit ihr verheiratet bin und jetzt am Abend streite ich mit ihr. Aber das ist nicht er. Er wurde angegriffen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist nicht so, dass er mit seiner Frau ringt und sie ihn ständig zu Boden wirft, sodass er sich geschlagen geben muss, um da herauszukommen. Manchmal werden wir auch im Bereich unserer Gesundheit angegriffen. Pastor Prince, willst du damit sagen, dass jede Krankheit vom Teufel verursacht wird? Lass mich das so erklären. In der Bibel lesen wir von vielen Begebenheiten, wo Jesus Dämonen austrieb. Da war zum Beispiel eine Frau in der Synagoge, die einen Geist der Schwachheit hatte. Und die Bibel sagt, sie war verkrümmt und konnte sich nicht aufrichten. Wir wissen nicht, wie alt sie war. Das wird uns nicht gesagt. Aber sie war tief gebeugt und unfähig, sich aufzurichten. Sie erkannte die anderen Menschen an ihren Sandalen. Sie konnte sich nicht aufrichten. Das ist ein Bild für Depressionen. Menschen, die gebeugt sind und entmutigt, die das Leben praktisch aufgegeben haben. Es wird oft über diesen Vers gepredigt. Aber lasst uns die Tatsache nicht vergessen, dass sie körperlich gebeugt war, okay? Habt ihr das verstanden? Wie lange war sie schon verkrümmt? 18 Jahre. Die Zahl des Antichristen, die Zahl des Teufels. 6 plus 6 plus 6. Sogar die Zahlen in der Bibel haben eine geistliche Bedeutung, wenn ihr offene Augen dafür habt. Sie war also 18 Jahre lang verkrümmt und dann rief Jesus sie zu sich. Die Bibel sagt uns den Grund, warum sie verkrümmt war. Sie hatte einen Geist der Schwachheit. Manchmal sprach Jesus einen solchen Geist direkt an, manchmal nicht. In diesem Fall legte er der Frau die Hände auf und sagte, Frau. Er sprach zu der Frau, nicht zu dem Geist. Du bist erlöst von deiner Krankheit. Und der Geist verließ sie. Und das erste Gesicht, das sie sah, war das Gesicht unseres Herrn, der sie höchstwahrscheinlich anlächelte. In einem anderen Fall wandte er sich an den Geist. Er sagte zum Beispiel, du sprachloser und tauber Geist. Ein Junge litt offensichtlich unter einem Geist der Stummheit und der Taubheit. Er konnte nicht hören und nicht sprechen. Stummheit und Taubheit werden nicht immer von einem Geist verursacht. Aber bei diesem Fall in der Bibel war es so. Und die Bibel sagt, Jesus sprach zu dem Geist. Er sprach zu dem Geist, nicht zu dem Jungen. Jesus sagte, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir. Fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Wenn ich so bete, muss ich sagen, im Namen Jesu. Warum? Weil wir durch ihn wirken. Er hat uns die Vollmacht gegeben, seinen Namen zu gebrauchen. Und er sagt, wenn ihr in meinem Namen bittet. Das griechische Wort, das hier mit Bitten übersetzt wurde, ist auch das Wort für Verlangen, Befehlen. Wenn ihr in meinem Namen etwas befehlt oder bittet, werde ich es tun. Nicht derjenige, der betet. Ich tue es, sagt Jesus. Du gebrauchst meinen Namen. Ich tue es, ich heile. Wer hat also geheilt? Jesus. Versteht ihr? Jeder, der euch verspricht, dass er euch heilen kann, ist höchstwahrscheinlich ein Geist des Antichristen, der behauptet, ich bin Christus. Okay? Amen. Wahre Heilung wird immer auf den Herrn Jesus Christus hinweisen. Amen. Manchmal wird der Herr euch dazu anleiten, Schwachheit und all solche Dinge anzugehen. Ich habe festgestellt, dass dämonische Bedrückung, Krankheiten und so weiter sehr oft chronisch sind. Etwas, das eine lange Zeit dauern kann. Und manchmal erstreckt es sich über Generationen, bis jemand sie bricht. Ihr könnt an den Folgen eines Sturzes leiden. Ihr könnt krank werden, weil ihr euch schlecht ernährt. Ihr könnt krank werden, weil ihr keinen Sport treibt und zu viel sitzt und so weiter. Das alles kann passieren. Es kann auch genetische Ursachen haben. Eure Familie kann anfällig für eine bestimmte Krankheit sein. Aber vergesst nicht, dass es auch eine geistliche Komponente gibt. Amen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, tut einfach beides. Befehlt dem Geist, in Jesu Namen auszufahren. Betet und dann nehmt das Abendmahl ein. Dann weiß jeder, dass ihr von der New Creation Church seid. In der Bibel ist von dem bösen Tag die Rede. Ein böser Tag bedeutet nicht unbedingt 24 Stunden. Es ist eine bestimmte Zeit. Aber Gott sei Dank ist es immer eine kurze Zeit. Denkt daran. Im ersten Petrusbrief schrieb Petrus an die Gläubigen, die zu dieser Zeit litten, die ihr jetzt eine kurze Zeit traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Und da heißt es nur eine kurze Zeit. Im Buch Hiob heißt es, das Frohlocken der Gottlosen ist kurz. Preis den Herrn. Aber vor Gottes Angesicht sind Freuden in Fülle, Lieblichkeiten zu deiner Rechten ewiglich. Versteht ihr mich soweit? Also denkt daran, ihr geht hindurch, ihr kommt wieder heraus. Wenn ich durchs Tal der Todesschatten wandere, was tut ihr? Ihr bleibt nicht dort. Wenn ich wandere. Aber Pastor, was ist mit Hiob passiert? Wenn ihr das Buch Hiob studiert, werden Theologen euch sagen, dass Hiobs Leiden nur neun Monate dauerten. Und dann wurde das Baby des Sieges geboren. Und er besaß das Doppelte von allem, was er verloren hatte. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr Hiobs Geschichte lest. Er sagte, ich wünschte, ich hätte einen Mittler, jemanden zur Rechten Gottes, der für mich eintritt. Wie ein Anwalt im Gerichtssaal. Aber er hatte niemanden. Wenn ihr euch also mit Hiob vergleicht, denkt daran, Hiob beneidet euch. Hiob wünschte sich, er hätte jemanden, wie ihr ihn habt, zur Rechten des Vaters. Kann ich da ein Amen hören? Jesus Christus, sein Traum ist unsere Realität. Bevor ihr sagt, dass ihr ein Hiob seid, denkt daran, dass Hiob euch sagen würde, du bist nicht ich und du hast nicht in meiner Zeit gelebt. Ich beneide dich. Ich wünschte, ich würde in deiner Zeit leben. Ihr sagt, ich wünschte, ich lebte in biblischen Zeiten. Die Leute damals, ich wünschte, ich würde in deiner Zeit leben. Ihr sagt, Salomo, ich würde gern in deinem Palast leben. In meinem Palast ist kein Fernseher. Wenn es heiß ist, müssen meine Diener mir Luft zufächeln. Ihr habt etwas, das man Klimaanlage nennt. Seht ihr? Wir sind alle Könige und leben wie Könige. Aber das macht uns nicht glücklich. Wir kaufen uns ein neues Gerät und schon bald haben wir uns daran gewöhnt und sind nicht mehr glücklich. Und dann sehen wir ein anderes Gerät oder von dem Ersten gibt es ein neues Modell und dann sind wir nicht mehr glücklich mit dem Alten. Was immer es ist, wir halten nie inne, um Gott für all den Segen, den wir haben, zu danken. Denkt darüber nach. Sie mussten zum Fluss gehen, um ihre Kleider zu waschen. Jetzt drückt man nur einen Knopf und dreht einen Schalter und das war's. Wir haben viele Annehmlichkeiten. Sie mussten mit Pferdewagen fahren und manchmal hatte das Pferd keine Lust. Ja, aber ihr beklagt euch über den Benzinpreis oder was auch immer. Aber ihr könnt Auto fahren. Die Könige im Alten Testament konnten das nicht. Ich möchte euch heute sagen, viele unserer wahren Probleme sind nicht äußerlich. Sie bestehen nicht darin, dass wir dieses und jenes nicht haben oder nicht haben, was die Schmidts oder andere haben. Unser Problem liegt im Inneren. Da ist dieser murrende, klagende Geist. Deshalb lasst uns Gott danken. Dankt Gott, dass ihr heute in der Kirche seid. Dankt Gott, dass es eine sehr gute Kirche ist. Dankt Gott für eure Pastoren. Dankt Gott, dass wir ein Gebäude haben, in dem wir ihn anbeten können. Preist Gott. Manchmal läuft aus irgendeinem Grund alles schief. Eine Zeit, in der alles misslingt. Die Menschen denken, geistlicher Kampf sei nur geistlich und fände im geistlichen Reich statt. Aber nein, er offenbart sich im Natürlichen, im Äußeren. Das will ich euch sagen. Ein Geist der Schwachheit kann dafür sorgen, dass jemand taub wird. Aber es ist ein Geist. Geister sind realer als das Körperliche. Das ist das Natürliche, wie ich schon sagte. Dieser Stuhl ist greifbar. Aber davor war er die Vorstellung von jemandem. Vielleicht hat der Heilige Geist diese Person dazu inspiriert, diesen Stuhl zu bauen. Kreative, inspirierte Ideen, die zur Verbesserung der Menschheit beitragen, sind immer von Gott. Jede gute und perfekte Gabe ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Davon gibt es viele. Denkt mal darüber nach. Ihr könnt sie sehen, ihr könnt sie spüren. Selbst euer Körper, euer irdischer Körper besteht nicht ewig. Wenn Jesus wiederkommt und ihr seid noch lebendig, dann zieht ihr diesen neuen, verherrlichten Körper an, der niemals alt wird, niemals stirbt, nie krank und nie müde wird. Auch wenn der Pastor drei Stunden lang gepredigt hat, werdet ihr sagen, predige noch weiter, Mann! Predige noch mehr! Halleluja! Danke, Pastor Lawrence. Ich werde das auch sagen, wenn du predigst. Okay. Epheser 6, bitte. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott hat uns also eine Waffenrüstung gegeben. Viele Menschen sagen, ah, davon habe ich schon gehört. Ich habe eine Predigt darüber gehört. Bücher darüber gelesen. Aber ich will euch mit allem Nachdruck klar machen, wie wichtig das ist. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr das versteht und diese Waffenrüstung anhabt. Vor allem in schwierigen Zeiten. In Zeiten, in denen alles schief zu laufen scheint. Und damit meine ich auch Dinge im Natürlichen, okay? Ihr kennt die Teile der Waffenrüstung, aber ich will sie euch heute aus einem anderen Blickwinkel erklären. Ich weiß, es ist eine geistliche Waffenrüstung, aber vergesst nicht, dass sie sich im Natürlichen offenbart. Vielleicht soll der Helm des Heils euren Sinn, euer Gehirn schützen, damit Demenz und Alzheimer euch fernbleiben. Ihr sagt, Pastor, du sprichst vom Körperlichen. Nein, es ist hauptsächlich geistlich. Aber lasst die Auswirkungen nicht außer Acht. Der Teufel greift uns oft körperlich an, mit Krankheit und Gebrechen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Ihr seht, der Teufel greift uns hauptsächlich mit Krankheit und Gebrechen an. Lasst uns das in diesem Licht betrachten. Ich glaube, ich bin konsequent. Es gibt alle möglichen Angriffe. Der Fokus dieses Abschnitts über die Waffenrüstung Gottes liegt auf dem geistlichen Aspekt. Aber ich glaube, der Brustpanzer der Gerechtigkeit soll auch euer Herz beschützen, damit ihr keine Herzkrankheit bekommt. Denn der Brustpanzer der Gerechtigkeit beschützt eure lebenswichtigen Organe. Der Lendengürtel der Wahrheit. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist übrigens Punkt Nummer 1. Hier heißt es, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Vorher noch Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Noch eine Information für jene von euch, die sich für den griechischen Urtext interessieren. Manchmal verwirrt uns das Griechische noch mehr, stimmt's? Aber diesmal hilft es wirklich, weil im Griechischen dieselbe Zeit steht. Imperativ, Präsenz, Passiv. Denkt daran, vor diesem Kapitel, Epheser 6, heißt es in Kapitel 5, Werdet voll Geistes. Und auch das steht im Imperativ, Präsenz, Passiv. Ihr braucht nicht zu versuchen, erfüllt zu werden. Ihr füllt euch nicht selbst. Ihr erlaubt euch, erfüllt zu werden, indem ihr Gott Lieder singt, Gott lobt, mit ihm sprecht. Mein aktiver Teil ist es, Gott Lieder zu singen, die ihn loben. Ich bete in Zungen, ich bete im Geist, preist den Herrn. Ich danke Gott. Das ist mein Teil. Und Gottes Teil ist es, dafür zu sorgen, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bleibe. Das Wort, das für Werdet voll Geistes verwendet wurde, besagt hier nicht, du sollst stark im Herrn sein. Daran ist nichts falsch, aber tatsächlich heißt es im Griechischen, erlaube dir, stark gemacht zu werden. Passiv. Passiv. Ich kann mich nicht selbst stark machen. Wenn ich versuche, stark zu sein, tue ich das aus eigener Anstrengung. Ihr müsst nur mit Pastor Lawrence ins Fitnessstudio gehen. Aber hier geht es nur um einen Teil, um euren Bizeps, der dann aussieht wie ein hartgekochtes Ei. Manche von euch haben hier nur weichgekochte Eier. Euer Körper ist nur ein Teil. Aber das ist Stärkung von innen. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt. Es war nicht so, dass Paulus sagte, ich will stark sein. Das ist körperlich, okay? Dann müsst ihr etwas tun. Ihr müsst ins Fitnessstudio gehen. Aber ihr müsst erkennen, dass Gott euch immer stärkt, auch jetzt. Ihr müsst das Bild vor Augen haben, dass Gott euch aus eurem Inneren heraus stärkt. Erlaubt es ihm. Was bedeutet passiv? Lasst es zu. Ihr seid nicht der aktive Teil. Gott ist es, der euch stärkt. Lasst es zu. Jene, die stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke sind, sind Menschen, die Gott erlauben, sie zu stärken. Die Worte in der Macht seiner Stärke sind erstaunlich. Gott sagt, erlaube mir, dich zu kräftigen in der Macht meiner Stärke. Das griechische Wort für Kraft ist Kratos. Und Kratos ist die Kraft, die sich allen Kräften, die auf uns einwirken, widersetzt. Sie ist stärker als alle Kräfte, die auf uns einwirken und stellt sich ihnen entgegen. Das ist Kratos. In der Macht seiner Stärke. Im Kratos, seiner Iskus. Das ist ein weiteres griechisches Wort für Kraft oder Macht, das darin mitschwingt. Macht, Iskus, ist die Kraft aus dem Inneren. Was glaubt ihr, wer die Person ist, die euch in eurem Inneren stärkt? Der Heilige Geist. Und dann zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und ich glaube, ihr müsst sie anziehen, richtig? Das bedeutet, dieser Vers hängt mit dem vorherigen Vers zusammen. Ihr könnt euch nicht selbst stärken, aber ihr werdet gestärkt, indem ihr die Waffenrüstung Gottes anlegt. In diesem Moment fängt die Stärkung an. Wie ziehen wir die Waffenrüstung Gottes nun an? Nochmal, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Hier gibt es eine geistliche Hierarchie. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt. Für alle Ärzte hier, das Wort widerstehen ist hier das griechische Wort für Antihistamin, richtig? Antihistamin. Wir fügen hier ein Anti hinzu, das gegen bedeutet. Wenn ihr eine Allergie oder dergleichen habt, empfehlen die Ärzte Antihistamin. Das Wort Anti stammt aus dem Wort, das widerstehen bedeutet. Gott will also, dass ihr seine ganze Waffenrüstung anzieht, damit ihr noch vor jedem Angriff stark im Herrn seid. Und den Angriff dann erfolgreich abwehrt und überwindet. Widerstehen. Dem Angriff erfolgreich widerstehen. Und dann heißt es, und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ist das nicht gut? Kommt, preist den Herrn! Vor dem Angriff legt ihr die Waffenrüstung Gottes an. Während des Angriffs versichert ihr euch, dass ihr sie tragt. Und dann habt ihr diese Antihistamin-Kraft, um zu widerstehen. Und nach dem Angriff steht ihr immer noch. Das zeigt euch, dass es nur eine begrenzte Zeit dauert. Nur eine begrenzte Zeit. Es ist nicht immer so, okay? Im Buch der Offenbarung lesen wir, dass Jesus einer Gemeinde erschien und sagte, ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Es ist begrenzt. Was sind prophetisch gesehen schon zehn Tage? Es ist begrenzt. Eure Prüfung ist kurz. Euer Segen ist lang. Euer Segen ist ewig. Gutes und Barmherzigkeit werden euch euer Leben lang folgen. Schwierigkeiten und Prüfungen folgen euch nicht alle Tage. Sie kommen für ein paar Tage und plagen euch. Aber sie folgen euch nicht alle Tage. Das Einzige, was euch an allen Tagen folgt, ist Gottes Güte und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Das Wort für Barmherzigkeit hier ist Reset, also Gnade. Ihr dreht euch um und genießt seine Güte. Ihr dreht euch um und seht seine Gnade. Und dann heißt es, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wie? Ich habe die Waffenrüstung Gottes studiert und im Laufe der Jahre habe ich viele, viele Bücher und Artikel darüber gelesen, und manches davon fand ich nicht praktikabel. Aber was ich euch heute sage, ist eine Offenbarung über das Thema. Ich werde euch zeigen, dass manche Interpretationen für Christen tatsächlich eher zu Problemen führen. Dazu gleich. Lasst uns das vorher ansehen. Der erste Punkt ist, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Ich weiß nicht, warum hier in manchen Übersetzungen Hüften steht, weil das griechische Wort für Lende dasselbe ist wie in 1. Petrus 1, wo es heißt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Umgürtet die Lenden eurer Dianoia. Das ist euer Vorstellungsvermögen. Was immer ihr euch vorstellt, ist nicht festgezurrt. Ihr seid frei und losgelöst in eurer Vorstellungskraft. Das haben wir bereits gelehrt, stimmt's? Geht nicht zu den Menschen, die Visualisierung ohne Christus lehren. Das ist sehr gefährlich. Sie sind von einem anderen Geist erfüllt. Nicht mit dem Heiligen Geist. Versteht ihr? Erlaubt dem Heiligen Geist, Bilder auf die Leinwand eures Sinnes zu malen. Wie kann ich wissen, dass Dianoia Vorstellungskraft ist? Ganz einfach. In dem Gebet in Epheser ist von euren erleuchteten Augen eurer Dianoia die Rede. Euer Sinn hat Augen. Was bedeutet das? Ihr seht etwas. Es ist nicht abstrakt. Das Umgürten eurer Lenden ist also der Punkt, an dem ihr reproduziert. Die Lenden sind der Bereich von eurer Taille bis zu eurem Unterschenkel. Dieser ganze Bereich wird Lende genannt. Im Hebräischen wird dieser Begriff hauptsächlich für die Reproduktion verwendet. Wie zum Beispiel in dem Vers, er ging aus Davids Lenden hervor. Das könnt ihr im Alten Testament nachlesen. Jener ging aus den Lenden dieser Person hervor. Versteht ihr? Ich denke manchmal, wenn dieser Teil nicht geschützt ist, dann gibt es oft Probleme, wie zum Beispiel mit der Prostata oder bei Frauen mit der Gebärmutter, weil im Hinblick auf die Wahrheit Kompromisse eingegangen werden. Ich sage nicht, dass alle Probleme mit dem Herzen oder mit der Prostata vom Teufel kommen. Das sage ich nicht. Ich habe früher darüber schon ausführlicher gesprochen. Ich sage nur, dass dieser Aspekt nicht gelehrt wird, denn der Teufel greift uns mit Krankheiten an. Gott weist uns ganz konkret auf diese Körperstellen hin. Kann es nicht sein, dass es auch für diese Bereiche gilt? In manchen Fällen. Lasst uns zu Epheser zurückgehen. Das griechische Wort für Lenden in diesem Vers ist auch das Wort für Hüfte. Aber der Begriff Lenden ist besser. Deshalb haben die Old King James Bibel und viele andere Übersetzungen dieses Wort benutzt. Eure Lenden sind umgürtet mit der Wahrheit. Wenn ihr an dieser Stelle umgürtet seid, ist dort alles geschützt, auch im Natürlichen. Wie wir bereits besprochen haben, wissen wir, dass wir die Wahrheit nur in Jesus finden. In Jesaja 59 heißt es, die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Das passiert, wenn es in einer Gesellschaft keine Redlichkeit, keine Wahrheit mehr gibt. Sie strauchelt. Dann gibt es keine klare Unterscheidung mehr zwischen richtig und falsch, zwischen moralisch und unmoralisch. Die Ethik ist jeweils abhängig von der aktuellen Situation. Ihr versteht, was ich sage, oder? Aber man kann die Ethik nicht an die Situation anpassen. Richtig ist richtig und falsch ist falsch. Was passiert nun, wenn die Wahrheit auf dem Markt gestrauchelt ist? Das bedeutet, dass die Menschen streiten und demonstrieren, um ihre Sünde zu verherrlichen. Sie werden jenen, die sich dieser Unmoral und der Sünde entgegenstellen, sagen, ihr seid diejenigen, die sündigen, ihr seid es. Sie nennen Böses Gut und Gutes Böse. All das wird in der Bibel prophezeit. Wir leben in dieser Zeit. Ich habe eben aus Jesaja 59 zitiert. Und das ist die einzige Stelle im Alten Testament, an dem es von Gott heißt, dass er seine Rüstung anlegt, den Panzer der Gerechtigkeit. Hört ihr? Gut, lasst mich das schnell zeigen. So wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück. Denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Ist das wahr? Passiert das wirklich? Es gab eine Zeit, in der sich die Menschen für ihre Sünden geschämt haben. Jeder Sünder hat sich geschämt. Heute wird die Sünde verherrlicht. In dieser Zeit leben wir, richtig? Und wir sehen, dass sich auch die Gerechtigkeit zurückgezogen hat. Das gilt heute für die ganze Welt. Und die Treue wurde vermisst. Und nun seht euch das an. Und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Das sollte nicht so sein. Das bedeutet, indem ihr euch vom Bösen abwendet, macht ihr euch zum Opfer. Wir werden dich zerstören. Wir werden deinen Ruf ruinieren. Wir werden dich ausradieren, canceln. In meiner Bibel heißt es, Gott wird den Namen auslöschen. Nur er kann wirklich canceln. Unsere Hände sind nicht stark genug dafür. Nur Gott kann canceln. Ihr könnt etwas für eine gewisse Zeit auslöschen. Aber wenn Gott etwas auslöscht, ist es für die Ewigkeit. Ihr wendet euch also vom Bösen ab, und sie fallen über euch her. Sie sagen, du bist jetzt unser Opfer. Wir kriegen dich. Wie ein Löwe sein Opfer verfolgt. Wir leben in dieser Zeit. Als der Herr dies sah, welche Meinung hat der Herr darüber? Missfiel es ihm. Sie wissen nicht einmal, dass es dem Herrn missfällt. Er sah auch, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war, und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit. Die unterstützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Sie wird zu einer Zeit erwähnt, als die Wahrheit auf dem Markt gestrauchelt war und es keine Ausgeglichenheit mehr gab, also keine Fairness. Die Gerechtigkeit wurde zurückgedrängt. Er legte die Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewände an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Lasst mich euch sagen, wenn Krankheit euren Körper angreift, wird Gott seine Waffenrüstung anlegen, seine Ärmel aufkrempeln und die Engel werden sich bereit machen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, stimmt's? Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er krempelt die Ärmel hoch und macht sich bereit, wie auch immer. Er ist ein mächtiger Gott. Ihr wollt ihn an eurer Seite haben. Wenn er seine Rachegewände anlegt, wie es jetzt gerade passiert, bestraft Gott die Krankheit, die seine Leute drangsaliert, die sie unbeweglich hält und sie davon abhält, zu tun, was Gott will und dazu führt, dass sie schlechte Laune haben. Wenn ihr krank seid, seid ihr immer schlecht gelaunt, stimmt's? Und dann reibt ihr die ganze Familie auf und macht sie unglücklich. Gott sieht das alles. Es missfällt ihm. Und er legt die Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Er legt seine Rüstung an, um Rache zu üben. Nicht gegen euch. Ihr seid sicher. Gegen euch gibt es auch in Zukunft keine Racheakte. Der Tod liegt in eurer Vergangenheit. Die Verurteilung liegt in eurer Vergangenheit. Alleluja. Amen. Wir sehen also, was Gott tun wird. Gehen wir nochmals zurück zum Epheserbrief. Könnt ihr mir alle soweit folgen? Ihr müsst das wissen. Wie legt ihr nun die Waffenrüstung Gottes an? Ist das wie bei Bruce Wayne, wenn er zu Batman wird? Die Ausrüstung liegt an einem geheimen Ort. Sie ist bereits da. Es spielt keine Rolle, wer der Schauspieler ist. Die Schauspieler wechseln, die Rüstung bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Er schlüpft also in die Rüstung. Vielleicht ist er sehr schwach, aber dann legt er die Rüstung an und wenn er dann herauskommt, hat sich sogar seine Stimme verändert. Ich bin Batman. Er hat einen Brustpanzer, der ihm Muskeln verleiht, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und er hat einen Waschbrettbauch. Ein Sixpack. Nein, ein Eightpack. In der Comic-Version heißt es, dass er in der Mitte noch eins extra hat. Aber wenn man es herausnimmt, fällt alles auseinander. Es spielt keine Rolle, welcher Schauspieler es ist. Wenn man es öffnet, fällt das Ding zu Boden. Das taten auch die Römer. Sie zogen die Rüstung an und alle sahen aus, als hätten sie ein Sixpack. So schüchterten sie den Feind ein. Es ist eine Zeit, das wieder zurückzuholen. Ihr wollt wissen, wo ihr es findet? Fragt Pastor Mark. Okay. Ihr habt den Brustpanzer und die Schuhe und all das. Als Paulus über die Rüstung Gottes und ihre verschiedenen Teile sprach, hatte er die römischen Soldaten vor seinem geistigen Auge. Israel stand damals unter römischer Herrschaft und er beschrieb die Ausstattung der römischen Soldaten. Sie hatten einen Schild, ein Schwert und Schuhe. Wir beginnen mit dem Gürtel der Wahrheit. Wie ich schon sagte, ihr könnt nicht nur körperlich, sondern auch geistlich angegriffen werden, sodass ihr nicht mehr reproduzieren könnt oder anders ausgedrückt, dass ihr keine Menschen mehr zu Jesus bringen könnt. Geistliche Reproduktion bedeutet, dafür zu sorgen, dass Menschen gerettet werden. Warum? Weil mit der Wahrheit, die ihr glaubt, etwas nicht stimmt. Ihr glaubt Halbwahrheiten über das Evangelium. Übrigens ist jeder Teil dieser Rüstung die Wahrheit des Evangeliums. Ihr zieht diese Rüstung nicht an wie Batman, wie Bruce Wayne. Er zieht seinen Sixpack an, er zieht seine speziellen Schuhe an und ist darin beschützt. Nicht einmal Gewehrkugeln können seinen Anzug durchdringen. Aber so macht ihr das nicht. Eine Lehre, die ich gehört habe, als ich aufgewachsen bin, lautet, dass wir die Rüstung jeden Morgen anlegen müssen. Wenn du das nicht tust, sagen sie, gehst du auf einem geistlichen Weg, der zum Teufel führt. Es ist, als wärst du nackt. Also stehe ich jeden Tag auf. Bang, bang. Ich ziehe alle Teile an. Vielleicht wollt ihr jetzt wissen, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht alles. Ich will euch ganz schnell zeigen, dass es hier um mehr geht als nur das. Wenn es heißt, wir sollen unsere Lenden mit der Wahrheit umgürten, muss diese Wahrheit mit Jesus zu tun haben. Ich folge jetzt dem Ablauf der Bibel. Wir fangen oben an und gehen nach unten. Ich orientiere mich an der Reihenfolge in der Bibel. Die Bibel spricht von der Wahrheit, dem Evangelium der Wahrheit. Und ihr werdet reproduzieren, geistlich wie körperlich. Ich glaube, eines der Probleme in der Gemeinde liegt darin, dass wir unsere Interpretation immer auf das Geistliche begrenzen. Aber dadurch versäumen wir, was Gott für uns hat. Erlösung schließt auch das Körperliche ein. Stimmt's? Sie ist für die Heilung eures Mutterschoßes und für eure Prostata. Wenn ihr glaubt, dass Gott euch ein Kind schenkt, spielt es keine Rolle, was die Tests sagen. Die Wahrheit wird euch freimachen. Also Wahrheit. Der nächste Punkt, der in der Bibel genannt wird, ist euer Brustpanzer, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und hier was Wichtiges. Manche Kommentatoren sagen, diese Gerechtigkeit bedeutet, dass ihr euch gerecht verhaltet. Es sei also etwas, das ihr tut. Sie nennen das praktizierte Gerechtigkeit. Aber tatsächlich bedeutet dieses Wort Heiligkeit. Gerechtigkeit ist eine Gabe. Aber wenn es eure Gerechtigkeit ist, wird der Teufel sie zunichte machen, bevor der Tag vorüber ist. Denn wie gerecht könnt ihr wohl in eurem Handeln sein? Nur einen Tag lang. Das hat nichts mit euch zu tun. Es beginnt, indem ihr euch viele Male sagt, das ist die Waffenrüstung Gottes. Gott hat seine Gerechtigkeit angelegt. Ich sagte, Gott hat seine Gerechtigkeit angelegt. Hört ihr? Wir gehen zurück zu Gottes Gerechtigkeit. Jesaja 59. Er legte Gerechtigkeit an wie einem Panzer. Der Vers davor, da heißt es seine Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Wenn ihr die Gerechtigkeit als einen Brustpanzer anlegt, zeigt mal den Brustpanzer, beschützt er eure lebenswichtigen Organe, vor allem euer Herz. Und es ist euer Herz, das der Teufel unablässig angreift. Wenn ihr etwas Falsches tut, ist es offensichtlich, dass er euch angreift. Er klagt euch an. Sieh, was du getan hast. Und du nennst dich Christ? Im Vergleich zu deinem Freund bist du zu nichts zu gebrauchen. Er ist im selben Alter wie du, aber er ist wohlhabend. Und nun sieh dich an. Er greift euch an und ihr geratet unter Selbstverdammnis. Welchen Teil von euch greift er an? Euer Herz. Dort ist euer Gewissen. Anklage, Anklage. Selbst wenn ihr nichts falsch macht, findet er einen Grund, euch anzuklagen. Du hast jenes nicht getan. Du hast zu wenig gebetet. Du hast zu wenig in der Bibel gelesen. Es ist gut, in der Bibel zu lesen. Wenn ich gefragt werde, ist es wichtig, die Bibel zu lesen, Pastor Prince, sage ich immer ja. Aber dann denkt ihr, dass ihr nicht genug darin lest. Nein, was ich sagen will, ist, wenn ihr nicht viel in der Bibel lest, solltet ihr euch nicht schuldig fühlen. Es sollte euch hungrig machen. Es sollte euch das Gefühl geben, dass es euch an Weisheit mangelt, weil plötzlich alles, was ihr wisst, ausgelöscht ist. Und ihr merkt, ich muss zu Gottes Wort zurückkehren. Das ist meine Quelle der Weisheit. Sein Wort ist Wahrheit, die objektive Wahrheit in dieser Welt. Menschen, die von der Atemluft abhängig sind, versuchen uns, ihre Wahrheit nahezubringen. Tut mir leid. Ihr seid zu klein, zu jung, zu kurzlebig, als dass ich euch vertrauen könnte. Eure Wahrheit wurde noch nicht bewiesen. Gottes Wort gilt für immer. Und der, der es aufgeschrieben hat, besitzt alle Weisheit. Wenn eure Wahrheit seiner Wahrheit widerspricht, was glaubt ihr, wer ihr seid, dass ihr seine Wahrheit verurteilen könnt? Verurteilt euer Sinn diese Wahrheit? Oh, die Bibel ist altmodisch. Die Bibel ist nicht relevant. Und dieses und jenes. Ihr kritisiert die Bibel. Aber wer seid ihr, dass euch das zusteht? Ihr seid erst 25 oder 20 Jahre alt. Viele Kritiker sind junge Menschen. Und ihr jungen Menschen geht mit dieser Geisteshaltung nicht zu euren Eltern und vertretet sie nicht gegenüber euren Freunden. Das sind die Babyboomer, die Alten aus der Generation. Mein Sohn sagte mir, dass Menschen aus dieser Generation oft sagen, zu meiner Zeit. Als ob ihr das nicht wüsstet, oder? Zu meiner Zeit. Ich werde euch etwas sagen. Das habe ich auch meinem Sohn gesagt. Als Salomo starb, kam sein Sohn Rehabeam auf den Thron. Er war ein junger Mann. Und an seiner Seite war eine Gruppe junger Männer, mit denen er aufgewachsen war. Auf der anderen Seite waren all diese weisen Männer, die die Weisheit seines Vaters gehört hatten. Da kam die Frage nach den Steuern auf. Die Menschen baten ihn, ihnen ihre Last zu erleichtern. Sie konnten ihre Steuern nicht bezahlen und so weiter. Er sagte, sie sollten in ein paar Tagen wiederkommen und konsultierte die weisen Männer. Diese rieten ihm, sei freundlich zu den Menschen. Du bist neu auf dem Thron. Sie kennen dich nicht. Sie kennen nur deinen Vater. Mach ihnen dieses Zugeständnis und sie werden für immer deine Knechte sein. Doch dann ging er zu den jungen Männern und diese sagten ihm sinngemäß, zeig ihnen, wer der Boss ist. Du bist der König. Und sie sagten, das ist nicht der exakte Wortlaut, ich drücke es mit meinen Worten aus, der Muskel deines Vaters ist so groß, aber deiner ist viel größer. Sag ihnen das. Er sagte, okay. Dann sprach er zu den Menschen. Ihr jungen Leute, hört ihr zu? Er sagte, seht, ich bin König, okay? Ihr tut, was ich sage. Es wird keine Veränderung eurer Steuern geben. Und sie sagten, okay, Israel, dann lass uns nach Hause zurückkehren. Das war der Moment, in dem sich das Königreich in das Reich Judah im Süden unter Rehabeam und das Reich Israel im Norden teilte. Zehn Stämme zogen in das Reich im Norden. So spaltet man eine Kirche. So wird man arm, ihr jungen Menschen. Ältere Menschen, die mit Gott leben, können aus der Boom, Bang oder welcher Generation auch immer stammen. Aber denk daran, was ich auch meinem Sohn sagte. Du bist erst elf Jahre alt. Du musst zugeben, du weißt noch sehr vieles nicht. Und glaube nicht alles, was du auf YouTube siehst. Er hat YouTube für Kinder. Glaube nicht alles, was du siehst. Ältere Menschen besitzen Weisheit. Es erfordert Demut, die Weisheit älterer Menschen anzunehmen. In seinem FIFA-Fußballteam sind auch ältere Menschen. Da gibt es Drogba. Und er liebt Gerd Müller. Erinnert ihr euch an Gerd Müller von den Weltmeisterschaften 1970 und 74? Er hat gelernt, sie zu respektieren. Vielleicht denkt ihr jungen Menschen jetzt, ah, die sind so altmodisch. Aber seht, diese Hosen kommen gerade wieder. Ihr glaubt, ihr hättet sie erfunden, stimmt's? So ein Pech. Sie kommen nicht einmal aus der Zeit meines Vaters, wisst ihr? Sondern aus der Zeit meines Großvaters. Aber sie sind im Kommen. Stehlt nicht meine Zeit. Okay, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich glaube, es steckt ein Sinn hinter diesem ganzen Wahnsinn. Wir wollen den jungen Menschen hier von dem weisesten Mann erzählen, als er ein zwölfjähriger Junge war. Ich werde das nächstes Jahr auch meinem Sohn erzählen. Er war erst zwölf Jahre alt. Wo fand man ihn? Physisch anwesend. In der Kirche. Er saß nicht zu Hause. Seine Eltern sagten nicht, er ist zu jung für die Bibel. Der Teufel denkt nicht, dass Zwölfjährige zu jung für Pornos sind. Er denkt nicht, dass sie zu jung sind, um zu rauchen oder zu jung, um sie den Dingen der Welt auszusetzen. Er gewährt ihnen Zugang dazu, weil er weiß, wenn er sie jung an den Haken bekommt, hat er sie für immer. Und wir sagen, oh, ich kann sie nicht mit in die Kirche bringen und sie dem aussetzen. Manche Ehepaare glauben viele Jahre lang, dass Gott ihnen ein Baby schenkt. Und dann bekommen sie ein Baby und was passiert? Das Baby wird zu einem Götzen. Alles, was Gott angeht, wird vernachlässigt. Ihr Dienst wird vernachlässigt. Alles dreht sich um dieses kleine Baby, das zu einem Götzen geworden ist. Der Teufel beobachtet das und sagt sich, das ist interessant. Ab jetzt werde ich jedes Mal, wenn ich nicht will, dass sie in die Kirche gehen, dafür sorgen, dass das Kind krank wird. Dann werden alle zu Hause bleiben. Und genau das passiert. Tatsächlich bringt ihr euer Kind in Gefahr, wenn ihr Jesus nicht an die erste Stelle setzt. Ich sehe das ständig. Ich liebe meine Kinder leidenschaftlich. Ich spreche aus Erfahrung. Als Jessica auf die Welt kam, sagte ich bei jeder Kleinigkeit, oh nein, ich kann nicht in die Kirche gehen. Ich verstehe das. Wenn das Kind wirklich krank ist, bleibt die Mutter mit ihm zu Hause. Ich verstehe das. Ich spreche über die Situation, wenn sich alles um das Kind dreht. Nur wenn es für mein Kind angenehm ist, ist es auch für mich angenehm. Dieser Dienst braucht euch. Ich kann dort dienen, aber ich muss sehen, wo ich mein Kind hinbringen kann. Arrangiert etwas, aber räumt demjenigen die Priorität ein, der euch das Kind geschenkt hat. Das lässt sich auch auf alles andere anwenden, das Gott euch gegeben hat. Merkt euch meine Worte. Sie sind eine Prophetie. Irgendwann wird das Singlet zurück sein. Und vielleicht auch das Würgeholz. Ich weiß es nicht. Okay. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, warum ich das so ausführlich erkläre, aber es gibt so viele Angriffe. Und das ist eine Wahrheit über die Gerechtigkeit, die ihr verstehen müsst. Ich gehe hier eines nach dem anderen durch. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Evangelium des Friedens, also die Schuhe, der Schild, der Helm, das Schwert. Beten im Geist. Wir haben über den Brustpanzer gesprochen. Warum ist er wichtig? Kann ich euch eine Prophetie weitergeben? Übrigens, viele sagen, es sei unsere Gerechtigkeit. Aber das stimmt nicht. Wenn es unsere Gerechtigkeit ist, werden wir erschossen. Ich habe einige gute Kommentare gelesen, in denen es auch heißt, es sei unsere Gerechtigkeit. Aber das kann nicht sein. Wir würden von Kugeln durchlöchert werden, bevor der Tag vorüber ist. Der Teufel sagt, bist du sicher, dass du das richtig gemacht hast? Oder er erinnert dich an etwas, das du falsch gemacht hast. Dann ist dein Herz nicht mehr beschützt. Nein, es dreht sich alles um seine Waffenrüstung. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Sie ist ein Geschenk. Es geht nicht darum, was ich subjektiv für Gott tue. Es geht darum, was Gott objektiv für mich getan hat. Es geht um das vollendete Werk von Jesus Christus. Alle Teile des Evangeliums sind wahr. Sie basieren auf einer vollendeten Tatsache. Fait accompli. Das ist Französisch für vollendete Tatsache. Es ist ein vollbrachtes Werk, eine abgeschlossene Handlung, okay? Der Brustpanzer. Jesaja 54. Lasst mich euch das zeigen. Da heißt es, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Nun frage ich euch, ihr habt Pastoren zugehört, die euch gepredigt haben, dass ihr die Gerechtigkeit Gottes in Christus seid, richtig? Nun kommt, ihr gehört zu dieser Gemeinde. Ihr müsst das gehört haben. Habe ich recht? Glaubt ihr, dass Gott euch dieses Geschenk nur gegeben hat, damit ihr euch freut, dass ihr mit seiner Gerechtigkeit gerecht vor ihm steht? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Gott das für euch will? Oder glaubt ihr, dass es Gottes Wille ist, dass ihr jeden Tag Gebrauch davon macht? Vor allem, wenn ihr versagt, wenn ihr etwas falsch gemacht habt und euch schlecht fühlt. Sagt euch, noch bevor der Teufel euer Herz und euer Gewissen angreift, danke, Vater. Ich bin nicht meine eigene Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Oh Mann, das ist der Moment. Martin Luther sagte in seinem Kommentar zum Galater Brief, der Moment, in dem du wirklich glaubst, dass du durch Glauben gerechtfertigt bist, ist auch der härteste. Warum der härteste? Weil es im Augenblick der Versuchung sehr schwer für euch ist, zu glauben, dass ihr durch Glauben gerechtfertigt seid. Er nannte das sehr schwer. Und doch ist es die Wahrheit. Wir sind so gewohnt zu hören, du hast etwas Schlechtes getan, du bist schlecht, du hast etwas Gutes getan, du bist gut. Das verstehen wir. Aber auch wenn ihr in eurem Innern gerade mit irgendetwas kämpft, sei es Zorn, Lust oder was auch immer, müsst ihr sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Aber Pastor, ich fühle mich nicht so, das bin ich nicht. Das ist ein Problem. Dann müsst ihr die Bibel studieren und Gerechtigkeit anstreben. Und das bedeutet nicht, dass ihr versucht, gerecht zu werden, sondern dass ihr das Geschenk der Gerechtigkeit im Evangelium studiert. Nun lasst mich euch etwas fragen. Ich habe euch nicht gefragt, ob ihr die Gerechtigkeit kennt. Ich frage euch jetzt, genießt ihr es jeden einzelnen Tag, dass ihr durch Glauben gerechtfertigt seid? Wenn ihr in euren Beziehungen versagt, genießt ihr dann die Tatsache, dass ihr durch Glauben gerechtfertigt seid? Danach suchen alle Menschen. Sie können das vielleicht nicht formulieren, aber sie sind auf der Suche nach Gerechtigkeit. Gleichzeitig verschließen sie sich gegen alles, was sie von Gott sehen oder hören, weil sie sich selbst einreden, dass Gott nicht existiert. Denn sie wissen, wenn es einen Gott gibt, ist ihr Leben nach seinen Maßstäben ein komplettes Chaos. Instinktiv kennen alle Gottes Maßstäbe. Die zehn Gebote sind in ihr Gewissen geschrieben, sagt uns der Römerbrief. Sie wissen, dass sie den Maßstäben nicht gerecht werden. Aber was sie nicht wissen ist, dass die Tatsache, dass Gott sie liebt und seinen Sohn gesandt hat, damit er am Kreuz starb, nicht darauf basiert, was sie tun, sondern darauf, was er getan hat. Deshalb lautet die Kernbotschaft des Evangeliums heute, dass wir durch Glauben gerechtfertigt sind. Amen. Wenn ihr also im Hinblick auf die Wahrheit über die Gerechtigkeit unsicher seid, denkt an den Gürtel der Wahrheit. Diese Abschnitte hängen alle zusammen. Die Wahrheit über Gerechtigkeit. Was, wenn ihr nicht stark? Wenn ihr nicht gegründet seid? Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Das ist der positive Teil. Wenn du gegründet bist, wirst du fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Aber seht euch das Gegenteil an. Oh, Pastor, ich habe viele deiner Predigten über dieses Thema gehört, aber seid ihr darin gegründet? Wenn ihr nicht darin gegründet seid, werdet ihr euch fürchten. Und es wird euch ergehen wie einer ganz normalen Person, die nicht in Gottes Gunst steht. Denn die Bibel sagt, es beginnt alles damit, dass ihr in Gerechtigkeit gegründet seid. Es gibt hier übrigens noch einen Segen und eine Wohltat, die wir nicht gezeigt haben. Im vorherigen Vers, Vers 13, heißt es, und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Viele fragen, was soll ich mein Kind lehren? Das Matthäus-Evangelium oder den Epheser-Brief? Was soll ich es lehren? Ist es nicht eine Freude, dass wir Gott fragen können, wie wir unsere Kinder lehren sollen? Bittet Gott um seinen Segen und seine Gunst dafür. Gestaltet es nicht wie ein Bibelstudium. Lehrt sie einfach, was der Geist Gottes euch eingibt, wenn ihr mit ihnen spielt oder euch mit ihnen hinlegt. Zum Beispiel die Waffenrüstung Gottes. Amen? Aber Gott sei Dank, sagt die Bibel, dass alle eure Kinder vom Herrn gelehrt werden. Und kennt ihr das Ergebnis davon? Und der Schalom deiner Kinder wird groß sein. Das Wort Schalom bedeutet hier nicht nur Frieden, sondern auch Gesundheit. Wenn die Kinder direkt vom Herrn gelehrt werden, werden sie gesund und im Frieden sein. Vielleicht wissen sie nicht einmal, dass sie vom Herrn gelehrt werden, aber sie werden in diesem Frieden aufwachsen. Und natürlich werden sie den Herrn immer besser kennenlernen. Preist den Herrn! Um das Thema abzuschließen, seid in dieser Gerechtigkeit gegründet. Gerechtigkeit ist nichts, das ihr tut. Sie ist von Gott. Letzter Vers. Keiner Waffe, das sagt euch, dass ein Kampf stattfindet. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird. Das bedeutet nicht, dass die Waffe nicht geschmiedet würde. Der Teufel wird neue Viren erfinden, neue Wege, um Diskussionen und Streit in eure Familie zu bringen, neue Versuchungen. Aber es interessiert mich nicht, welche Waffe er schmiedet. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich vor Gericht gegen dich erheben. Deshalb mache ich mir keine Sorgen über Menschen, die gegen mich oder meine Lehren sind. Wenn sie recht haben, haben sie recht. Dann mögen ihre Worte ihre Wirkung entfalten. Aber wenn sie Unrecht haben, findet dieser Vers Anwendung. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Es ist nicht so, dass ich sie verurteile. Die Idee dahinter ist, dass bewiesen wird, dass sie Unrecht hatten. Lass Zeit vergehen. Lass Zeit vergehen. Hatte diese Gruppe recht? Hatte jene Gruppe recht? Lass Zeit vergehen und ihr werdet wissen, wer Recht hat und wer Unrecht. Solche Situationen gab es hier auch schon. Die eine Gruppe glaubte dieses und die andere jenes. Lass Zeit vergehen. Ihr werdet sehen. Das ist das Erbteil, wow, was für ein Erbe, der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Darin solltet ihr gegründet sein. Es sollte euch immer bewusst sein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Auch wenn ihr gegen die Sünde oder eine Versuchung ankämpft, bekennt immer, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und ihr werdet in eurem Leben herrschen. Und keine Waffe, die gegen euch geschmiedet wird, wird herrschen. Keiner Waffe, die gegen euch geschmiedet wird, wird es gelingen. Und alle Zungen, die sich vor Gericht gegen euch erheben, sollt ihr schuldig sprechen. Es gibt Menschen, die gegen euch sind, richtig? Aber denkt daran, ihr seid schlimmer, als sie glauben. Das sind wir alle. Deshalb versucht nicht, euch selbst zu rechtfertigen, denn dann wirkt ihr in eurer eigenen Gerechtigkeit, eurer eigenen Rechtfertigung. Nehmen wir einmal an, ich werde angegriffen und jemand fragt mich, Pastor Prince, was denkst du über diese Person, die dich angreift? Dann mache ich mir keine Sorgen, weil Jesus meine Gerechtigkeit ist. Der Herr Jesus ist meine Gerechtigkeit. Wenn Jesus mich nicht verteidigen kann, was kann dann Joseph Prince tun? Er ist ein Boomer. Vertraut auf den Herrn. Er ist unsere Gerechtigkeit. Versteht ihr? Das ist lebenswichtig. Die Wahrheit der Gerechtigkeit wird euch also im Evangelium des Friedens gründen. Ihr werdet feststehen. Hier wird von den Schuhen des Evangeliums des Friedens gesprochen und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Früher dachte ich, wir müssten immer bereit sein, das Evangelium zu verkünden, eine Bibel dabei haben und in unseren Schuhen herumwandern. Nein. Mir gefällt dieser Vers in der English Standard Version. Dort heißt es, und legt als Schuhe für eure Füße die Bereitschaft. Das griechische Wort bedeutet hier auch das Vorbereitetsein für das Evangelium des Friedens an. Beachtet, dass es das Evangelium des Friedens genannt wird. Wenn jemand euch verurteilt und euch sagt, dass es die Wahrheit des Evangeliums, aber kein Friede da ist, ist es nicht die Wahrheit des Evangeliums. Okay? Hallo? Beachtet, erst Gerechtigkeit und dann Frieden. Und dieser Friede bringt eine Bereitschaft, ein Vorbereitetsein mit sich. Die Bibel sagt hier, das Evangelium des Friedens wird euch die Bereitschaft geben. Versteht ihr? Ihr werdet bereit sein. Wenn ihr mit jemandem über etwas Ernstes reden müsst, seid ihr darauf vorbereitet. Ihr wisst nicht, was ihr sagen werdet. Aber Gott hat euch durch die Schuhe des Evangeliums des Friedens die Bereitschaft gegeben. Ihr werdet feststellen, dass euch die Gewissheit, dass ihr die Gerechtigkeit Gottes in Christus seid, in die Lage versetzt, dass ihr euch keine Sorgen darüber macht, was die Leute über euch denken oder sagen. Das schmälert euren Wert nicht, weil ihr die Gerechtigkeit Gottes in Christus seid. Und auch wenn sie euch in den höchsten Tönen loben, gibt euch das nichts, weil ihr die Gerechtigkeit Gottes in Christus seid. Das hängt nicht von Menschen ab. Amen? Es gibt einen Vers, den ich sehr mag. Und mit diesem Vers möchte ich schließen. Jesaja 32. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. In manchen Übersetzungen heißt es hier auch die Wirkung der Gerechtigkeit. Was bedeutet nun das Werk der Gerechtigkeit? Wie wird das Werk oder die Wirkung der Gerechtigkeit aussehen? Frieden. Frieden. Und was ist Frieden? Schalom. Schalom ist nicht nur geistiger Frieden. Er ist auch Gesundheit. Er bedeutet, keinen Mangel, keine Not zu haben und in jedem Bereich heil zu sein. Das ist ein sehr schönes Wort. Jesus ist der Fürst des Schalom. Sar-Shalom. Die Wirkung von Gerechtigkeit wird also Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Wenn wir irgendetwas in diesem Leben brauchen, ist es das. Bei allem, was in der Welt und in unserer persönlichen Welt, in unserer Familie vor sich geht, ist es so gut, dass wir diese Dinge haben. Frieden, Ruhe und Sicherheit. Ich glaube, Menschen, die das genießen, passen nicht in die Persönlichkeitskategorie A, von denen die Ärzte sagen, dass sie zum Herzinfarkt neigen. Ich glaube, solche Menschen haben immer Frieden, Ruhe und Sicherheit, auch wenn etwas schiefläuft. Sie sind nicht anfällig für diesen schädlichen, chronischen Stress, der ihren Blutdruck in die Höhe schießen lässt. Ich glaube, diese Dinge fördern die Gesundheit. Wie bei der Frau mit dem Blutfluss, die von Jesus geheilt wurde. Hier schließt sich der Kreis. Als sie ihre Heilung empfing, drehte Jesus sich zu ihr um und sagte, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Und dann sagte er, geh hinein in den Frieden. Wir sagen das zueinander, stimmt's? Geh hin in Frieden, kommt nicht zerstört zurück. Geh in Frieden, geh in Frieden, geh in Frieden, geh in Frieden, Nein, wir sagen, geh hin in Frieden. Aber das ist keine Grußformel. Jesus sagte ihr, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hinein in den Frieden. In Frieden wäre en im Griechischen. Aber hier steht nicht en, hier steht eis, eis. Das bedeutet, geh in den Frieden hinein. Was immer dazu geführt hatte, dass sie zwölf Jahre lang blutete, konnte niemand heilen. Aber Jesus heilte sie. Sie nahm ihre Heilung im Glauben an. Und sie wusste, dass ihr Körper geheilt war. Aber Jesus drehte sich um und fragte, wer war das? Sein Werk war noch nicht vollendet. Wenn sie ihre Heilung empfangen hätte und dann weggegangen wäre, hätte sie sich nachts ständig gefragt, ist das für ihn in Ordnung? Ich habe die Heilung genommen, aber vielleicht war sie nicht für mich. Jesus wollte, dass sie ihm in die Augen sah. Als Mose, Gott im Alten Testament, bat ihm, seine Herrlichkeit zu zeigen, sagte Gott, du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht sollst du nicht sehen. Jesus ließ sie sein Gesicht sehen, weil sie die Heilung von seinem Rücken empfangen hatte, wie im Alten Testament. Jesus drehte sich um und sagte, wer hat mich angerührt? Petrus sagte, die Volksmenge drückt und drängt dich. Aber Jesus erwiderte, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Die Frau trat weinend vor Jesus, sie fürchtete sich. Seid ihr nicht froh, dass sie nicht in diesem Zustand nach Hause ging? Er sah ihr in die Augen und sagte, Frau. Nein, er sagte Tochter. Er nannte sie Tochter. Sie ist die einzige in den Evangelien, die Jesus Tochter nennt. Die verkrümmte Frau in Lukas 13 nannte er eine Tochter Abrahams. Aber sie ist die einzige, die er direkt Tochter nennt. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und das, obwohl seine Kraft daran beteiligt war. Liebt ihr den Herrn nicht auch? Er ist so gnädig. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt. Nun geh hinein in den Frieden. Ich glaube, sie war in diesen Zustand geraten, weil sie ständig aufs Neue, von Stress, Sorgen, Furcht, Aufruhr und Angst geplagt war. All die Schicksalsschläge des Lebens, all die Probleme und die Qual, die sie durchmachte, hatten schließlich Auswirkungen. Auch heute sagen uns die Ärzte, dass zwischen Körper und Geist eine Verbindung besteht. Sie haben herausgefunden, dass Frauen mit Brustkrebs oft eine furchtbare Scheidung hinter sich haben. Das trifft auf eine große Zahl geschiedener Frauen zu. Das wurde bereits von Studien belegt und es wird noch weiter darüber geforscht. Ich sage euch, lasst niemals zu, dass euch jemand euren Frieden raubt. Aber das funktioniert nur, wenn ihr diesem Mann, dieser Frau, vergebt. Tragt keine Bitterkeit in eurem Herzen. Sie behindert euren Frieden. Und euer Friede ist eure Gesundheit. Warum solltet ihr euch von irgendjemandem eure Gesundheit nehmen lassen? Er verdient sie nicht, aber ihr verdient sie. Lasst diese Person los und dann geht eurer Wege. Jesus sagte, geh hin in Frieden. Mit anderen Worten, so bewahrt ihr eure Heilung und werdet von jetzt an gesünder. Bleibt im Frieden. Das erhält euch auch jung. Wenn ihr im Frieden seid, bleibt ihr länger jung. Dann werden eure Telomere nicht kürzer, sondern länger. Das wurde bewiesen. Worum geht es hier? Lassen wir es gut sein. Ich hätte kein weiteres Fass aufmachen sollen. Also, Gemeinde, seid gegründet. Ich habe euch nicht gefragt, ob ihr es im Kopf wisst, sondern seid ihr darin gegründet? Wenn eine Schlacht stattfindet, sagt der Teufel, du bist nur ein Heuchler und du nennst dich Christ? Das ist der Zeitpunkt, um zu sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn ein Mensch, ganz gleich in welcher Position, der von der Atemluft abhängig ist, etwas gegen euch sagt und ihr euch völlig zerstört fühlt, haltet einfach inne und sagt, ich bin Gottes Kind und ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wer ist er? Welche Rolle spielen seine Worte im Vergleich zu den Worten Gottes? Amen? Ich habe mich selbst glücklich gepredigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich selbst glücklich gepredigt. Preist Jesus! Halleluja! Sagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Seid in dieser Aussage gegründet. Senkt jetzt alle den Kopf und schließt die Augen, hier und wo immer ihr zuseht. Freunde, vielleicht habt ihr Jesus noch nie zu eurem Herrn und Retter gemacht. Beachtet, dass ich euch nicht frage, ob ihr dies oder jenes getan habt oder euch sage, was ihr tun müsst. Nein, nein. Hier geht es darum, etwas zu empfangen. Erlösung bedeutet nur Glauben und Empfangen. Das ist eure Chance. Das ist die Gelegenheit. Gott hat euch hierher gebracht oder euch veranlasst, euch das anzusehen, damit ihr gerettet werdet. Preis den Herrn. Christus, der keine Sünde kannte, starb am Kreuz für unsere Sünden. Und Gott weckte ihn von den Toten auf, damit er zu unserer Gerechtigkeit wurde. Wenn er zu unserer Gerechtigkeit wird, bedeutet das, dass wir auf dieser Seite des Himmels noch nicht perfekt sind. Wir machen Fehler. Aber Gott sei Dank besteht unsere Gerechtigkeit nicht aus unseren Werken, unseren Taten oder unseren Gedanken. Sie sitzt zur Rechten unseres Vaters. Wenn du das haben willst, dass deine Sünden vergeben werden und dass dieser auferstandene Jesus, der zur Rechten des Vaters sitzt, dir alle deine Sünden vergibt, dann bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk der Erlösung. Was für ein Preis, aber was für eine Liebe. Du hast mich wirklich geliebt, Vater. Du hast deinen Sohn Jesus gesandt. Christus starb am Kreuz für alle meine Sünden. Er nahm meinen Platz ein, damit ich seinen Platz in der Gerechtigkeit einnehmen konnte. Denn du hast ihn von den Toten auferweckt, als ich für gerecht erklärt wurde. Jesus Christus ist mein Herr, jetzt und für immer, in Jesu Namen. Kind Gottes, du bist jetzt im Reich Gottes. Gott ist dein Vater. Der Heilige Geist hat in dir Wohnung bezogen. Und du bist jetzt mit der Waffenrüstung Gottes bekleidet. Wie ziehst du sie an? Nicht so, wie du denkst. Du ziehst sie an, indem du die Wahrheit glaubst. Glaube jede Wahrheit. So ziehst du sie an. Preis den Herrn. Steht jetzt auf. Im Alten Testament segneten die Hohepriester Israel und Gott sagte, so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Wenn Gott euch segnet, seid ihr dazu ermächtigt, erfolgreich zu sein. Wenn Gottes Segen auf euch liegt. Und sie tun es mit dem Buchstaben Schinn. Und das will ich jetzt auch tun. Möge der Herr euch und eure Familien in der kommenden Woche segnen und behüten. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch und euren Lieben gnädig und erweise euch Gunst. Der Herr erhebe die ganze Woche über sein Angesicht auf euch und alle, die ihr liebt und gebe euch seinen Schalom, Frieden und Wohlergehen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Gott segne euch. Bis bald.